Hey, ihr Eltern da draußen! Wenn euch eure Kinder wichtig sind, hört mal zu! Der Doktor und ich, Doktor, ähm... Ich bin Doktor Marmelade von Heidelberg und das ist Professor Ketchup zu Hamburger. Professor, bitte startet die Maschine. Der Professor und ich werden ein Experiment über Sprache durchführen. Are you ready, Professor? Ready! This is a baby. Schau mal, was passiert, wenn ich all diese Wörter zu ihm schicke. The baby seems rather pleased. Denn Kinder können jede Sprache ganz leicht lernen. Das nennt man Frühspracherziehung. In English, we call that early language acquisition. Jetzt kriegt von mir ein deutscher Erwachsener ein paar englische Wörter. Mal sehen, wie das ausgeht. Oh, dear. Oh, dear. Sooner or later, your children are all going to have to learn English. Sie können es ihren Kindern leicht machen, denn sie lernen mit Spaß, wenn sie jung sind. Or you can have them struggle at it when they're old. The choice is yours. Helen, they're on English. The easy way! See you, buddy. Toni, die Poor 하�le.